Haben Sie sich schon einmal gefragt, was die Auserwählten unantastbar macht und warum es ein schwerer Fehler sein kann, sie herauszufordern? Ihre Rolle im Gesamtgefüge der Dinge ist bedeutend, wird aber oft von falschen Vorstellungen und Ängsten überschattet. Das Verständnis ihrer Fähigkeiten und der Herausforderungen, mit denen Sie konfrontiert sind, ist für die Förderung einer harmonischen und konfliktfreien Existenz unerlässlich. Der Versuch zu verstehen, wer die Auserwählten sind, ist wie der Versuch, Rauch in den Händen zu halten. Der Ursprung ihrer Gaben bleibt im Dunkeln. Wurden sie mit diesen Fähigkeiten geboren, die ihnen von göttlichen Kräften verliehen wurden? Oder haben sie durch intensive Disziplin und Opfer, die nur den Auserwählten bekannt sind, verborgene Fähigkeiten erlangt? Es heißt, dass bestimmte Schamanen und Mystiker die Auserwählten als Kinder erkennen können. Es wird geflüstert, dass diese Weisen die Auserwählten im Stillen unter ihre Fittiche nehmen und sie in arkane Traditionen einweihen, weit weg von den Augen der normalen Menschen. Es heißt, dass die Auserwählten geheime Prüfungen und Rituale durchlaufen, um ihre verborgenen Geburtsrechte zu erwecken, während der Rest der Menschheit schläft. Die Auserwählten beginnen ihre Ausbildung in schwach beleuchteten Tempeln und abgelegenen Klöstern und lernen, hinter den Schleier zu sehen. Langsam, durch die Beherrschung von Geist und Körper, werden ihre übernatürlichen Gaben verfeinert. Was auch immer die Quelle ist, ihre Talente manifestieren sich wie durch Magie. Ideen strömen aus ihrem Geist wie Wasser aus einem Bach. Fertigkeiten materialisieren sich sofort und ohne sorgfältiges Training. Sie scheinen einen direkten Kanal zur Muse zu haben, eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Die Wirklichkeit selbst beugt sich ihrem Willen. Hüten sie sich also vor denen, die gezeichnet sind. Die Auserwählten haben Einfluss und Fähigkeiten, die nicht leicht zu erklären sind. Macht nicht den Fehler, sie zu unterschätzen. Denn sie haben Zugang zu unsichtbaren Kräften, zu einer höheren Vision, die nur von wenigen Erleuchteten erreicht wird. So ist die erste die übernatürliche Fähigkeit, Täuschungen zu durchschauen. Die Auserwählten haben die ungewöhnliche Fähigkeit, die Illusionen und Täuschungen zu durchschauen, von denen normale Menschen betroffen sind. Während andere leicht durch falsche Versprechungen und Betrügereien in die Irre geführt werden, bleiben die Auserwählten unbeeinflusst. Diese Fähigkeit, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, ist ein Segen und eine Last zugleich. Wo wir die Oberfläche sehen, entscheiden sie sich dafür, das zu sehen, was darunter liegt. Ihre scharfsinnige Intuition enthüllt verborgene Motive und Absichten. Selbst solche, die sorgfältig verborgen sind. Keine Fassade und kein Schein halten ihrem Blick stand. Halbwahrheiten und Propaganda lösen sich vor ihren Augen auf und lassen nur die nackte Wirklichkeit übrig. Wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf dich richten, scheint deine Seele entblößt zu sein. Deine vergeblichen Versuche, sich zu verstellen, lösen sich auf und deine geheimen Ängste und Sehnsüchte kommen zum Vorschein. Unter diesem durchdringenden Blick werden alle Masken und Rüstungen abgeworfen. Es gibt kein Versteck mehr. Du bist nackt und verletzlich. Kannst dein wahres Wesen nicht verbergen. Nicht einmal deine Gedanken sind vor ihrer Entlarvung sicher. Diese Gabe hat ihren Preis. Sie isoliert die Auserwählten von einer Welt, die sich damit begnügt, eine tröstliche Fiktion zu glauben. Wie einsam müssen sie unter denen sein, die in der Höhle ihrer Unwissenheit gefangen sind. Die Auserwählten sind dazu verflucht, Schatten an der Wand zu sehen, während andere sie sicher als Realität akzeptieren. In einer Welt, in der Täuschung die Norm ist, sind die Auserwählten Ausgestoßene, die es wagen, sich den harten Wahrheiten zu stellen. Es ist eine schwere Last zu sehen, was andere nicht sehen können oder wollen. Ihre Einsichten werden selten begrüßt. Meistens werden sie gefürchtet und verabscheut. Die Wahrheit im Reich der Lügen auszusprechen, erfordert großen Mut. Aber der weise Mensch erkennt und befolgt die Unterscheidung der Auserwählten. Denn sie sehen unsere Welt, wie sie ist und nicht, wie wir sie gerne hätten. Sie blicken hinter den Vorhang und rufen uns auf, aus unserer kollektiven Täuschung zu erwachen. Wenige Lasten sind schwerer als diese, als Sehende im Land der Blinden ausgewählt zu werden. Sie verlangen wenig als Gegenleistung für ihre Einsicht. Nur, dass wir unseren Geist für die Wahrheit öffnen. Aber allzu oft werden sie ignoriert und als gefährliche Subversive abgetan. Aber auf unsere Gefahr hin, hören wir nicht auf ihre Warnungen, denn Täuschung und Gefahr wachsen in der Dunkelheit. Lasst uns daher das Licht suchen, das uns die Auserwählten offenbaren und Weisheit erlangen, um die vor uns liegenden Gefahren zu überwinden. Kapitel 3. Die unsichtbaren Kräfte, die sie beschützen. Obwohl sie allein gehen, sind die Auserwählten nicht allein. Unsichtbare Kräfte bewachen und leiten sie und greifen in kritischen Momenten ein. Solange ihre Feinde im Verborgenen Pläne schmieden und größere Mächte sich mit den Auserwählten gegen solche Verborgenen Verbündeten verbünden, sind alle finsteren Pläne zum Scheitern verurteilt. Bedenken sie, wie das Glück selbst den Auserwählten zu helfen scheint, indem es ihnen Türen öffnet und sie ihren Gegnern verschließt. Die Kraft ihres intuitiven Sinns. Bevor wir mit der Erforschung der Auserwählten beginnen, ist es wichtig, den außergewöhnlichen intuitiven Sinn zu erforschen, der sie auszeichnet. Dolores Cannon hat die Tiefen dieser angeborenen Gabe beleuchtet und glaubt, dass sie die leitende Kraft auf ihrer Reise ist. Im Gegensatz zur gewöhnlichen Intuition, die oft leise im Hintergrund unseres Bewusstseins flüstert, funkelt der intuitive Sinn der Auserwählten mit einem Licht, das heller als die Sonne ist. Es ist ein tiefes inneres Wissen, eine unerschütterliche Gewissheit, die über das rationale Verständnis hinausgeht und sich einer logischen Erklärung entzieht. Cannon beschrieb diesen intuitiven Sinn als einen Leuchtturm inmitten der Dunkelheit. Einen Kompass, der immer auf ihre wahre Bestimmung und ihr Schicksal hinweist. Es ist eine wortlose Stimme, die laut spricht und sie mit unerschütterlichem Vertrauen über verschlungene Pfade und durch gefährliche Orte führt. Die Auserwählten verlassen sich auf diese intuitive Führung, die sie zum höchsten Gut führt. Doch was ihre Intuition von der anderer Menschen unterscheidet, so Cannon, ist das Ergebnis ihrer tiefen Verbindung zum universellen Bewusstsein, eine direkte Verbindung zur kosmischen Weisheit, die das Gewebe der Existenz durchdringt. Durch ihren intuitiven Sinn zapfen sie ein riesiges Reservoir an Wissen und Verständnis an und greifen auf die kollektive Weisheit unzähliger Leben zurück. Im Wesentlichen dient der intuitive Sinn der Auserwählten als Brücke zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, dem Bekannten und dem Unbekannten. Es ist eine göttliche Gabe, die ihnen vom Universum verliehen wurde. Ein heiliges Vertrauen, das sie befähigt, die Mission ihrer Seele zu erfüllen und der Welt einen unauslöschlichen Stempel aufzudrücken. Wenn wir also tiefer in das Reich der Auserwählten eindringen, sollten wir die Größe ihres intuitiven Sinns bewundern. Eine Kraft, die Zeit und Raum übersteigt und sie immer näher an ihre endgültige Bestimmung führt. Zeichen der Auserwähltheit. Während wir in die tiefgründigen Lehren von Dolores Cannon eintauchen, besprechen wir die faszinierenden Zeichen, die auf den auserwählten Status hinweisen können. Im Mittelpunkt dieser Offenbarung steht ein tiefes Gefühl der Berufung oder Bestimmung, ein inneres Wissen, das über den Lärm des Alltags hinausgeht. Diese Menschen fühlen sich oft zu einem Weg hingezogen, der ihnen auf unerklärliche Weise richtig erscheint. Auch wenn sie nicht genau erklären können, warum. Cannon geht davon aus, dass das Universum mit den Auserwählten durch eine Reihe von Synchronicitäten kommuniziert, diese bedeutungsvollen Zufälle, für die es keine rationale Erklärung zu geben scheint. Diese Synchronicitäten fungieren als Wegweiser auf ihrem Pfad und führen sie mit echter Klarheit auf ihren vorbestimmten Weg. Von zufälligen Begegnungen bis hin zu glücklichen Ereignissen verschwört sich das Universum, um die Auserwählten immer näher an ihr wahres Ziel zu führen. Darüber hinaus können die Auserwählten intuitive Hinweise oder Vorahnungen erfahren, die ihnen als subtile, aber mächtige Wegweiser in ihrem Entscheidungsprozess dienen. Diese inneren Eingebungen werden von Uneingeweihten oft als bloße Launen oder Vorahnungen abgetan, haben aber ein wahres Gewicht, das tief in der Seele mitschwingt. Ob es sich nun um einen plötzlichen Drang handelt, eine neue Gelegenheit zu ergreifen, oder um ein anhaltendes Gefühl des Unbehagens in einer vertrauten Situation. Diese intuitiven Hinweise dienen dazu, den Auserwählten den Weg der Selbstfindung zu weisen. Außerdem können die Auserwählten auf unerklärliche Phänomene oder mystische Erfahrungen stoßen, die sich einer logischen Erklärung entziehen. Von lebhaften Träumen bis hin zu unverständlichen Visionen. Diese Begegnungen mit dem Unbekannten dienen dazu, ihren Status als Träger der göttlichen Mission zu bestätigen. Durch diese Zeichen und Signale flüstert das Universum seine Geheimnisse zu. Die Auserwählten sind eingeladen, ihre Bestimmung anzunehmen und in die Fülle ihres Potenzials zu treten. Wenn du dich also in diese Zeichen einfühlen kannst, stehst du vielleicht kurz davor, deine wahre Bestimmung als Auserwählter zu erkennen. Subtile Dinge sind immer tiefgreifend und hinterlassen unauslöschliche Abdrücke in den Herzen und Köpfen derer, die sie berühren. Die Veränderungen, die sie mit sich bringen, zu akzeptieren und den Perspektiv- und Bewusstseinswandel willkommen zu heißen, ist der Schlüssel zum Öffnen von Türen, von denen wir nie wussten, dass wir sie haben. Zu einer Welt, in der emotionales, psychologisches und geistiges Wachstum nicht nur möglich, sondern unvermeidlich ist. Ein vierter zwingender Grund, den Auserwählten mit Vorsicht und Verständnis zu begegnen, ist die akute Realität ihrer Isolation und ihrer Begegnung mit der Gesellschaft. Diese Isolation ist keine Frage der Vorliebe, sondern eine Folge ihrer einzigartigen Qualitäten, einer ausgeprägten Abweichung von der Norm, die nicht selten zu einer Quelle von Missverständnissen und Misstrauen wird. Die Auserwählten mit ihrem tiefen Verständnis und ihren spirituellen Berührungspunkten stehen ständig am Rande, werden mit Misstrauen oder manchmal auch mit ungerechtfertigter Angst betrachtet. Dieses öffentliche Missverständnis ist kein oberflächliches Problem. Es ist eine tiefe Barriere, die die Auserwählten oft dazu zwingt, eine defensive Haltung in Bezug auf ihren Raum und ihre Wahrheit einzunehmen. Denken Sie an die Innovatoren und Visionäre unserer Zeit, in diejenigen, deren Ideen einst als zu Radikal oder zu tiefkündig altern, um Verständnis zu werden. Ihr Weg war von Spott und Widerstand geprägt. Nicht, weil ihre Visionen bedeutungslos wären, sondern weil sie es wagten, über den Horizont der gesellschaftlichen Wahrnehmung hinauszuschauen. Die defensive Haltung der Auserwählten ist kein Zeichen von Feindseligkeit, sondern ein Schutzschild gegen den ständigen Strom von Skepsis und Negativität. Ihre schützende Haltung gegenüber ihrem Raum ist ein Zufluchtsort nicht nur für sie selbst, sondern auch für die Saat des Wandels und der Erleuchtung, die sie nähren. Es ist ein Raum, in dem ihre Ideen, die von der Gesellschaft oft missverstanden oder unterschätzt werden, abseits der muffigen Zwänge konventioneller Urteile gedeihen. Diese schützende Haltung zu verstehen und zu respektieren, ist von entscheidender Bedeutung. Wer diese Barriere ohne Einladung oder Einfühlungsvermögen überschreitet, riskiert, das Wesen ihrer Existenz und den Wert ihrer Beiträge zu missverstehen. Die Isolation der wenigen Auserwählten ist Ausdruck unserer kollektiven Angst vor dem Unbekannten, vor dem, was jenseits unserer Komfortzone liegt. Deshalb müssen wir lernen, uns ihnen mit offenem Herzen und Verstand zu nähern, bereit, die Tiefen, die sie bieten, ohne Vorurteile zu erforschen. Ihr unverständliches Wesen ist kein Hindernis, sondern eine Brücke, die uns einlädt. Unsere Wahrnehmung zu erweitern und die Vielfalt des Denkens und des Geistes zu begrüßen. Die sozialen Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, erinnern uns an unsere Tendenz. Das zu fürchten, was wir nicht verstehen, und an das transformative Potenzial von Einfühlungsvermögen und Offenheit des Geistes. Indem wir die Auserwählten verstehen, eröffnen wir die Möglichkeit für eine Gesellschaft, die Unterschiede würdigt, über den Tellerrand hinausblickt und die tiefgreifenden Beiträge derer schätzt, die als Leuchttürme des Wandels unter uns wandeln. Der tiefe, intuitive Sinn der Auserwählten ist ein Hauptgrund, warum ihre Anwesenheit in unserem Leben Respekt und Aufmerksamkeit erfordert. Diese intuitive Kraft, eine tiefgreifende Fähigkeit, die Absichten und Wahrheiten zu erkennen, die unter der Oberfläche liegen, gibt ihnen eine einzigartige Perspektive auf die Welt und ihr komplexes Beziehungsgeflecht. Es geht nicht nur darum, zwischen den Zeilen zu lesen, sondern auch darum, die stille Sprache des Herzens und der Seele zu verstehen, die unsagbaren Worte, die in unseren Handlungen und Entscheidungen widerhallen. Vielleicht sind sie in ihrem täglichen Leben schon einmal Menschen begegnet, die etwas über sie, über andere und über sich entwickelnde Situationen zu wissen scheinen. In diesen Momenten scheint die Intuition der Auserwählten durch und offenbart Einsichten, die den Lauf des Lebens verändern können. Ihr Verständnis geht über das Kognitive hinaus und erschließt eine Quelle des Einfühlungsvermögens. Und der Weisheit, die die Masken, die wir der Welt oft präsentieren, entfernen kann. Dieses intuitive Bewusstsein macht sie zu mächtigen Figuren in der sozialen Dynamik, nicht weil sie nach Kontrolle oder Herrschaft streben, sondern weil sie Harmonie suchen. Verbinden sie sich mit Seelen, die ihre Vision teilen. In ihrer Arbeit ermutigt Dolores Cannon die Auserwählten, aktiv die Verbindung mit anderen zu suchen, die mit ihrer Vision und Mission übereinstimmen. Sie betont die große Bedeutung, sich mit Seelen zu umgeben, die ihre Vision und ihren Weg teilen. In der Gesellschaft solcher Seelenverwandten finden die Auserwählten nicht nur Gesellschaft, sondern auch unschätzbare Inspiration und Bestätigung. Diese gleichgesinnten Seelenverwandten dienen als Säulen, die Einfühlungsvermögen, Verständnis und unerschütterliche Unterstützung bei der Bewältigung der Herausforderungen und Triumphe des spirituellen Pfades bieten. Cannon glaubte, dass die Auserwählten durch die Entwicklung dieser Verbindungen eine heilige Gemeinschaft schaffen, einen Stamm von Seelen, die durch ein gemeinsames Ziel und eine tiefe Resonanz mit dem Göttlichen vereint sind. Gemeinsam bilden sie ein kollektives Vehikel für Transformation und Wachstum, wobei jedes Mitglied seinen einzigartigen Beitrag und seine Perspektive in das kollektive Gewebe des Bewusstseins einbringt. Durch den Austausch von Weisheit, Erfahrung und Liebe werden diese Verbindungen zu einer Quelle der Seelennahrung und füllen die Reserven an Hoffnung, Inspiration und Mut der Auserwählten wieder auf. Sie schaffen einen sicheren Raum für Authentizität und Verwundbarkeit, in dem die Masken fallen gelassen werden können und das wahre Selbst vollständig angenommen werden kann. Also für alle, die mit dem Beruf der Auserwählten mitschwingen, folgt Kennens Führung und sucht euren Stamm, umarmt die Kraft der Verbindung und lasst euch von den Verbindungen, die mit gleichgesinnten Seelen entstehen, auf dem Weg der Selbstentdeckung und der göttlichen Bestimmung vorantreiben. Abschließende Überlegungen. Während wir unsere Reise in das Reich der Auserwählten zusammenfassen, ist es wichtig zu verstehen, dass die Botschaft über Etiketten und Identitäten hinausgeht. Jeder von uns hat das Potenzial zu seiner wahren Bestimmung und Macht zu erwachen. Unabhängig davon, ob wir mit dem Konzept des Auserwähltseins in Resonanz gehen oder nicht. Die Wahrheit bleibt, dass wir alle einzigartige Ausdrucksformen des Göttlichen sind, ausgestattet mit unendlichem Potenzial und fähig, einen tiefgreifenden Beitrag zur Welt zu leisten. Im Gewebe der Existenz spielt jeder Faden, jedes Individuum eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der kosmischen Symphonie. Jeder Moment, jede Entscheidung hat das Potenzial, den Verlauf unseres Lebens und das Leben der Menschen um uns herum zu bestimmen. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir niemals unbedeutend und niemals machtlos sind, sondern vielmehr integrale Bestandteile eines größeren Ganzen. Der Weg zu dieser harmonischen Existenz erfordert ein offenes Herz und einen offenen Geist, die Bereitschaft zuzuhören und die Verpflichtung, über den Tellerrand hinaus zu schauen. Auf diese Weise bereichern wir nicht nur unser eigenes Leben, sondern tragen auch zur kollektiven Leinwand bei, die die ganze Bandbreite des menschlichen Potenzials widerspiegelt. Nähern wir uns daher unseren Auserwählten mit Würde und Ehrfurcht, indem wir in ihnen ein Spiegelbild unseres kollektiven Strebens nach Frieden, Verständnis und Einheit erkennen. Durch diese Anerkennung und Achtung eröffnen wir die Möglichkeit einer Zukunft, die von der gemeinsamen Weisheit und Vision der gesamten Menschheit geprägt ist und vom Licht der Auserwählten geleitet wird.